so neben 1 25 29 natürlich ist klar also ich würde mal sagen ab ins normale hauptquartier oder also weiße haus und dann nächstes mal können wir noch siedlung was ist das die neue logan schon aber stopp wir haben ich habe hier noch ein ausrufezeichen bei der siedlung irgendwas ist ja noch heute schon ich dachte dass wenn du die video sequenz sprechen sie mit alani kelso nicht so finden wir das natürlich auch so dachte die wir im weißen haus ich bin da mit kälzer an ich weiß durch wichtig das ist ich komme wieder zurück ich gehörte zum forschungsteam des landwirtschaftsministeriums ich bin die einzige die es ja da habe ich echt auch noch ein ausrufezeichen ich komme wieder zurück wahrscheinlich oben das ist müsste die die rechts neben dem ding sein wo du die systemat ausbauen kannst nee das ist linetto jackson fortschritt prüfen ich weiß dass er euch noch alle umbringt wenn er weiter wir haben stufe vier also das ding hier ist fertig ich komme gerade schon bei weißem haus auch wo mit wem hast du geredet ich soll mit alani kelso reden aber ich finde sie nicht 0,8 kilometer entfernt ach das ist hier unten glaube ich dem holster oh mein gott alani kelso ist die siedlung die andere ich frage mich nur wo das letzte rekrutieren sie senaid estra um darkson officer freizuschalten rekrutieren die charles douglas um schießstand freizuhalten nebeneinsätze verfügbar sie müssten noch paar ah da sitzt da dylan miranda nein das ist nicht so die bauprojekte waren mit wem wo wo stehst du oben hier da kannst du andere an den aufnehmen und links daneben bei dieser lanetta jackson hier mit der kannst du noch reden fortschritt überprüfen dann musst du die leute anwerben und die leute muss ich jetzt finden ok den hammer solidarität oh crack so ein herrlich großer ort perfekt für die gesamte gemeinschaft dann musst du einfach mal nach oben gehen ich spreche mit wem ach ja morgen wenn du runterläufst geh nochmal hier hoch ach da oben einfach mal anschauen hast du mit dir schon geredet richtig schön wow wir haben die erste siedlung abgeschlossen nice hast du hier aus der kiste auch was rausgenommen aus der kiste glühschnielpferd habe ich gerade bekommen die bisher nicht gesehen ich weiß nicht was das glühschnielpferd bringt süß ach das was bringt das ausgerüstet ich habe es jetzt mal ausgerüstet wo hängt das jetzt dort wo hängt ein glühschnielpferd ah hinten da hängt hier hinten an meinem rucksack hängt ein nilpferd oh ich habe eine neue waffe oh ich habe eine neue waffe oh 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 eine acs 12 mit 808 die ist mehrfach so gut wie die andere oh im himmels willen alter ich habe eine pumpe gekriegt mit 1,6k oh das ist auf jeden Fall mal eine die man sich aufheben sollte schaden durch kritische treffer ok panther geil sehr schön die hier kann man ich mag die nicht ola der ist schön noch eine ausdruck gekommen die ist aber schlechter die ist schlechter 252 Lebensenergie 289 Lebensenergie hast du deine kiste schon aufgemacht ja gerade eben die habe ich mich komplett vergessen ach so das ist schlechter da kann ich nichts machen ja die pumpe ist glaube ich auch schlechter so und wo ist jetzt dieses glühschneepferd ich habe das aus dieser einen kiste da bekommen gehabt das 2, alter die schrotflinte doppelläufig ach da hinten hängt es süß 2,9k ja sehr süß so unten gibt es auch einen händler wo man Sachen verkaufen kann ja gut aber ich mache das gleich im weißen Haus was da ich rede hier schon darin sprecht mit 0,8 hast du mit Alani Kelzo gesprochen hast du die schon gefunden die Alani Kelzo ist im Schloss die kannst du hier nicht finden ist mir auch gar aufgefallen das ist nur ein Kilometer weg von hier deswegen aber ja ich habe mir auch gedacht wo ist die denn wo ist die denn und dann kam mir okay sie ist im Schloss dann reporte ich aber jetzt erst mal genau ich verkaufe noch schnell mein Zeug zack weg damit 350 so wo ist jetzt Michael Davis da hinten steht einer zum rekrutieren die Solaranlage ist jetzt besser aufgestellt dank der neuen Konfiguration bekommen sie mehr Strom das heißt nachts mehr Licht ich heiße Charles Douglas ich überwache den Schießstand den sie im Keller des Weißen Hauses eingerichtet haben freue mich auf die Zusammenarbeit nice okay ich glaube es wird sogar noch eine Folge mehr als ich geplant hatte ähm weil BCTs alle rekrutiert habe so jetzt muss ich noch irgendjemanden rekrutieren ach du hast du musst sie im Theater rekrutieren oder was ja okay wer fehlt mir jetzt hier noch wo rekrutiere es in Night Sera irgendwo muss noch einer rumgammeln zum rekrutieren ich muss beide noch wo hast du den Douglas gefunden Douglas war äh unteres Stockwerk versteckt genau wenn du jetzt da unten bist ähm rechts die Ding hoch genau Kanal rechts äh links genau von mir aus rechts genau links da steht dir direkt links von dir okay die letzte ist unten okay der letzte ist unten sagst du ja gilt mir zumindest unten angezeigt jawohl das spielt einer Fußball das ist richtig gut gemacht wie sie den Fußball spielen lassen ah zack LC Watts achso neben ihm ist ein Satz das ist richtig gut gemacht für Ubisoft können das nächste FIFA machen oh gibt es jetzt die ersten Darksits 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 ich soll ihr Überleben in den Darksits sicherstellen ich ziehe bald in die Operationsbasis um kommen sie vorbei dann erkläre ich ihnen alles alles klar danke dir okay dann können wir jetzt wenn ich zurück ins Weiße Haus dann müssen wir jetzt hier alles haben genau mhm Aufklärungseinsatz Darksits entdeckt Aufklärung der Darksits ist wie welches Level ist denn die 10 bis 19 okay aber jetzt halt ins Weiße Haus endlich genau eine kontaminierte Zone hinten was Neues so Quartiermeister Siedlung ist fertig dann ab zum Weißen Haus genau was suchmine ich werde die auch freischalten welche hast du genommen die Luftdetonation oder Cluster ich bin noch nicht so weit ach so warte die Luft du meinst von den Rolldingern die Luftdings die Cluster hatte ich davor mit denen kam ich nicht so gut zurecht okay dann schalte ich mal die Luftdetonation auch noch frei dann kann man zwischendrin nochmal variieren so und was brauche ich hier noch Tabletze Fotomodus im Fotomodus können sie Bilder machen und im System Speicher abspeichern wählen sie zwischen den Modi arrangieren und bearbeiten um das Bild anzupassen im Modus arrangieren können Drehungen Offset-Winkel und Zoom für den perfekten Schnappschluss eingestellt werden die Kamerinnen können sich nur in einem begrenzten Bereich um den Agent herum bewegen im Modus bearbeiten können Effekte angewendet und Gesten ausgewählt werden die auf dem Foto zu sehen sein sollen außerdem können sie Filter und Schärfeffekte Stärlichkeit Rahmen und vieles mehr einstellen Kampferlarm der Feindscanner hier ist der Schießstand sehr schön probieren sie Waffen und Hingestand aus benutzen sie unterschiedliche Schießbahnen um zu testen die wirkungsvoll Gegner in dem Sinn Ubisoft-Club ich hatte vorhin Ubisoft-Club angeklickt und es passiert nichts ok ich bin hier draußen weißt du das die Schwierigkeit ändert ok da kann man schließen ah hier kann man sich auffüllen auch inventarsvoll so und dann gehen wir nach oben irgendwo muss noch die letzte was war das wie stand und was haben wir die Daxon-Tante oder die ist glaube ich hier ist die hier auch im weißen Haus ich weiß ja nicht ich hab ne Panzerweste mit 1,1k wie stark ist meine Weste die ist genau dieselbe Weste du Penner sowas willst du mir andrehen alter kleine Piskurke warte mal du kannst mir genau was holen wir jetzt genau wir haben jetzt Drohne Drohne Suchermine ich muss irgendwas neues freistalten dann machen wir Drohnenstock Wiederbeleber gut dann hab ich ja auch schon gehoffen du wirst doch heilen oder ja wo was denn Blaupause was ja Blaupause genau Blaupause unbekannter chemischer Mod jetzt geh mal zu mir und schau was sich mit der fertigen Station können sie einen chemischen Wert vom Mod anfertigen okay bin gleich wieder da kurz was schauen Matze bin ich noch da ah ja okay bei mir war es auf einmal kurz weg schau so ach diese Blaupause das nervt mir jetzt schon Skistand ist da unten Schauen wir doch, klapp mal runter. Neue Waffen testen und ausprobieren. Hallo, Mr. Douglas. Was gibt's hier noch? Brauchst du schon oben, ja, gell? Ja, nur beim Skistand bisher. Okay, nur beim Skistand. Ja, oben ist eh nix. Ich glaube, wir müssen erst zum neuen Gebäude dann. Doch, nein, oben ist Dark Zone Officer. Na, nein. Eigentlich nicht so ganz bereit. Ja, Dark Zone ist sowas, echt mal gut ausgestattet sein. Die Elgato spackt wieder. Die Elgato spackt wieder. Nicht die Elgato, sondern Discord. Ich hörde euch nämlich nicht. Ach, Elgato. So viele Probleme, dass ich gar nicht mehr weiß, was was ist. Irgendein Projekt gibt's noch hier. Ach, ich hab eine SHD-Technologie noch frei. Deswegen, deswegen zickt da rum. Sinn hat, ist sehr da. Skistand fang ich schon. So, jetzt müsste ich immer fertig sein hier mit dem weißen Haus, oder? Jawohl, ich bin fertig mit dem weißen Haus. Wunderbar. Das wird aus meiner Sicht heißen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Genau. Zur nächsten Aufnahme-Session hier bei The Division. Warte mal kurz. Ich hab's hier tatsächlich, mein Projekt ist noch was offen. Die East Mall. Oh, ja. Cool. Interessiert mich heute nicht viel. Oh, da. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ähm, freue mich auf die nächste Aufnahme-Session mit Morten. Sage, ciao mit V. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Ich bedanke mich heute nicht mehr.